Okay, aber Aufnahme an. Folge 4 ist das, ne? Ja. Folge 4 und ich. Ein ganz rechtes Idiot. Ich join' auf, bin drauf. Hey, sag mal ruhig hier. Hallo. Hast du richtiges TP? Ja. Sehr schön. Waren hier Öfen? Oh. Nee, die hab ich mitgenommen. Ja, zu glücklicherweise. Jetzt werd ich ausgerastet. Wollen wir hier weiter strippen, man? Ja. Wer hat's hier? Das ist von uns. Ja, hier bauen wir von der Border weg. Baust du in die Seiten rein? Ja. Kann ich mich grad ausbauen? Ja, hab ich denn von links ins Rechsele getroffen. Oh, Gold. Easy. Ja, jetzt hätten wir nicht schön genug. Für meinen Bogen. Also, es gibt nicht genug, ja. Also, es gibt nicht genug, ja. Also, kurz. Was? Ja. Sobald fighten wir einfach mit Full Iron und 30 Gaps oder so. Blöd durch, blöd. Bisschen nach Overlay. Ich guck nach Overlay, ja. Kannst du jetzt halt uns ein bisschen zubauen? Ich hab ein bisschen Angst, dass die uns gleich backsteppen. Wird wieder kalt. Passiert schon nix. Wir sehen wieder diese... Die Hits. Typ, machen wir heute noch mal länger? Wenn wir zwei und machen, dann... Dann macht's gut. Dann halt bis vier Uhr morgens. Oh, nee, der frisst. Oh, ich hab die WP ins Gesicht geschmissen. Komm, bitte gönn doch mal Dias. Ich will jetzt n' Endscherben. Oh, shit. Gibt's das? Moin. Ist doch das, Dirk? Nein. Ist doch das, Dirk? Ich bin hier zwei Jahren. Wir sind die Pearl getroffen. Du brauchst die ganzen Herzen ab, ja, ne? Oh. Und die ich vorbeigehe. Und die ich vorbeigehe. Ah, doch. Was ist das, Dirk? Oh, die können auch mehrmals joinen. Ich weiß nicht, welche Folge die sind, aber... Ja, wahrscheinlich auch Folge 3, wenn die... Ihr macht grad Bild der WP, ne? Ja, ja. Doch, das stört nicht. Juck, wen hast du denn jetzt alle? Ja, alles gut. Wen hast du denn bisher alles rangeholt? Okay. Für intern. Einen. Ich mach wahrscheinlich nicht mit, weil mir gibt's Chicken Wings. Ja, perfekt, dann war's das. Ja, war wann dann? Genau dann halt. Ja, du wirst ja eh noch aufhören. In Absicht, genau dann. Oh. Alles gut. Was? Ich höre Larva. Und ich bin in der Larvasee. Ich hab keine mit dabei. Sehr schön. Sehr schön. Oh, 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 oh. Oh. Sehr schön. Na, das ist das geile Problem. Wie lehm, kein der dies. Gar nix. Wer ist denn um 20 Uhr schon wieder da? Man, das game gönnt nicht. Was? Wer ist denn um 20 Uhr schon wieder da? Ja. Was? Wer ist denn um 20 Uhr wieder da? ach du schweißer spiel ich nicht mit 20 30 mit wem spielst du weiß ich gar nicht ich hab glaube ich z felix gefragt ja ne kritik boah endlich mein kompetenten mage ich hab keine zwei blöcke ja stimmt kritik hat auch nicht mit lucki ausgeteint auf die cave auf gehts mal wieder erste mini bau wie oft macht er einen mini bau ist nicht bald ich habe da angemeldet ich weiß es nicht warum sind wir bei der rakete war es auf einmal bitte helfen ich brauche einmal deine hilfe das ist so für die creeper das ist eine fette cave ich hatte gerade weggebaut den loser auch was ist denn mit dieser dear raid los alters bodenlos ich hab ihn in der luft getroffen die aus ja endlich achter rain ich dachte die sind aus ich hab von mir ne achter rain ja vielleicht auch zwei aneinander ja gg ne mit was geht jetzt ab was ist jetzt kaputt ich habe es einfach nicht denn und springen machen wir nicht so viel kannst du kurz war mir das haben ja das stimmt oh mein gott er heißt jo nils wir können uns entweder zwei dir schwerter machen oder einer macht sich eine hose was sagst du haben wir denn 77 das erst mal sparen er ist euch mit schabteile der eisen mariana ich habe ja reisen es heißt erlaubt ja ich muss ganz kurz ein neues schwert machen er hat eine holz für sticks ja das war außer sehen gerade hier ich kann die drei sticks geben er habe ich gerade mal über er soll ich soll ich einen ambus brauchen einen ambus machen ja wollte ich gerade sagen ich mache einen ambus jetzt hat dieser scheiße p m titel es geht voran so ist der titel schieben bitte ich gehe jetzt weiterfahren du kannst hier den du kannst hier weiteres trip machen du kannst den eng dann mitnehmen den ambus boah mein gott ich habe schon wieder gesprint schammt ich mache es einfach aus aus gewohnheitiger ich bin so dumm alter reicht doch jetzt ich klin das wasser ab und rennen ins wasser wieder rein ich kriege blinden ja ab shop 3 ich strip meinen hier auf der anderen seite weiter von der cave shop 3 schmeckt schon oh mein gott wir haben endlich deers fötchen und einer kann sogar one piece machen ja man ein zwei kratzer so half bis drei viertel drei viertel würde ich mittlerweile sogar sagen oder half die können wir eigentlich feiten ja ich werde jetzt erstmal nochmal deers finden halt ob ich ne achterrain gefunden hab hä ja schmeckt ne janik weißt du wie lange es dauert bis ein zucker wächst ungefähr lange ich glaube das dauert 5 minuten oder so die folge brauche ich sonst was an einfach aber ich bleib mir eh soll ich die seite seiten auch rein bauen oder kommst du gleich hier rein warte ich brauche hier kurz zucker an ich baue einfach gerade aus oder ja brauche ich gerade aus richtung spawnen einfach ja ich bin jetzt schon 500 blöcke fast nicht aber kissy ist drin top 2 ist drin kissy ist platz 2 oh mein gott diers ich geniefe scheiß bitch rage wegen dir die kritox das gesagt hat ne die kritox das gesagt hat oh mein gott diers oh mein gott diers ey dieser scheiß kies ne ich hau sie kaputt alter das denkst du die blöcke als ich schmack blöcke als schlack halt gänne gehts dir gut alles gut ich bin irgendwie auch dabei für 101 gegen dich machen wo bist du du überhaupt lass mal only sort 101 machen gleich in äh den ganzen krippwohneron oder so. oder so. oder so. oder so. bist du legit? das ist das wichtige. ja natürlich. soll ich mein microempfindlichkeit runterstellen? hörst du mich so gekleppen? die apg geht so schnell down, das ist geistekrank. ich bin legit. ich bin komplett legit. ich habe 80 ac drin. ich mache 200 ac rein. da geht dein schwerter eher kaputt. egal, seine rüstung geht auch down. ne, rüstung geht er nach hits down. aha, pötchen kennt dich damit aus. das ist normal. warte mal, ich habe jetzt über ein stack gold. umgebraten. ich habe einen stack gemeldet. komm mal her, dann können wir es bleiben. warte mal, ich glaube, ich habe keinen namen gesehen. ich bin echt drastiker geworden, finde ich. ich habe zu wenig gezockt. gold. ich habe keinen lavaseer, fast ich will. oh mein gott, ich habe fast einen ansliegt, digger. was? es gibt mp? willst du mal kurz ausprobieren? nee, ne? was hat er versucht? waro bp, diese deaktivität. was hat er dann versucht? das hat mich auch gewundert. wäre halt geil gewesen, aber... ja, ne, kaktus. lol. der kaktus. 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 oh nein. oh nein. oh, den buchst du mitgenommen vom kaktus. das kabel ist manchmal einfach viel zu kurz. das verschwindet einfach hinter der tischkante wieder. mein gott. ich muss alles daran ziehen. ich habe jetzt hier so viele caves, aber die sind keine, die hier sind. das ist so schul. ihr herzen auch an. knapp. du hast mir jetzt so 10 mal mehr helfen. du hast mir auch gut gekommen, oder so? ja, aber ich habe mehr gekriegt eigentlich. na. okay, gut, ich bin auch nicht gekommen, oh turn. aber ich habe noch nicht sup gespielt in meinem leben. du hast nie sup gespielt. das ist das schlecht. also doch, aber nicht erfolgreich. ich habe es schon mal probiert, hg zu spielen. ich habe nur auf die fresse gekriegt, ich habe es eingelassen. ja. du scheitest wenn dann am recraften. der rest geht eigentlich. ja, recraft ist aber auch scheiße, finde ich aber auch. du bist der kaktus. man. ey, diese cave ist so geschissen. es geht hoch, dann wieder runter, hoch, runter, runter. als er pro. ja, ich kann nicht, okay. es ist super scheiße. ich spiel den zu. das ist okay. du bist gut. frag mal, was wir hier gehen. frag 90% der Minecraft-Spieler. 90% der Minecraft-Spieler sind halt hoch sexuell und so sagen. boah. okay. okay. ich hab ne Lava Cave übrigens, also ne Schmucht. ich riech so kacke auf, Alter. ich werde schwer noch aufpassen. du musst aufpassen, dass gleich den Creeper nicht von oben runter geht es und nicht tot. ansnig mal. ja, ich bin ansnig. ja, okay. guck mal, da ein Kogel. da war keiner. ja. ich hab's gesehen. ich hab's auch wirklich geguckt. hast du gesehen? ja, ja. ganz kurz. du. 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 nimm auch mal alles Eizen. ja, ich bin ne Run-Acapulco. keine Ahnung, wo ich bin. du. 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 das wird angeschrieben über die Schlepper hallo? oh fuck oh fuck oh leck 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 ticke alter so viel Gold ich will gleich kein Gold mehr mitnehmen doch wir brauchen alles an Gold diga das ist geisteskrank wie viel Gold ich hab ja fast 2 Stacks glaube ich gleich ne ein Stack und 19 schade NEIN du hast noch Food ich hab noch 8 ne und dann sonst noch ungebraten du hast SW aber jetzt hab ich SW nicht gefunden ich muss aber damit ausgehen das ist das Dias Schwert nicht so schwert ja ich hab grad ein neues Tatchepack drin ich weiß wie es dir aussieht muss ich das mal suchen ist größer schlecht blau ne ist rot da ist der Tatchepack leider kacke schon mal einen roten Diamanten gesehen du wie ist der ja 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 ich hab den Tod gesehen ich hab du hast doch bin ich so kacke ich hab auch 3 GF ich hab gerade 7 5 10 11 12 13 17 18 18 18 18 32 34 23 23 gps also ich hab labes abgebaut was mit out of reach wie viele 4 ja 4 ja 4 trotzdem wichtig ja wie random ich hab die ganze Zeit die erste liegen gelassen ja aber das ist gut ich muss erst tappen wichtig okay dann kann das schon sein dass z felix ja folge 4 vorbei aber er folgt ja